Definition Markt, Sachgütermärkte, Dienstleistungsmärkte und Faktormärkte Der Markt kann als jener Ort verstanden werden, an dem Angebot und Nachfrage aufeinandertreffen. An dieser Stelle sei jedoch angeführt, dass das Wort Ort hier nicht zu kleinlich gefasst werden darf. Unter einem Markt werden beispielsweise auch ein Callcenter bzw. eine Online-Verkaufsplattform wie Zalando oder Amazon verstanden. Die Begriffe Angebot und Nachfrage beziehen sich darüber hinaus nicht nur auf Güter oder Dienstleistungen, sondern können beispielsweise auch im Zusammenhang mit einer Arbeitsleistung verstanden werden. Weshalb es an dieser Stelle diverse Arten von Märkten zu unterscheiden gilt. Grundsätzlich können wir unterscheiden zwischen Sachgütermärkten, Dienstleistungsmärkten und Faktormärkten. Zu den Sachgütermärkten zählen die Konsumgütermärkte sowie die Produktionsgütermärkte. Und im Unterschied zu einem Konsumgütermärkten, auf welchem für Konsumenten bestimmte Waren gehandelt werden, werden auf einem Produktionsgütermärkten Waren gehandelt, welche zur Weiterverarbeitung dienen. Dienstleistungsmärkte umfassen im Unterschied zu den Sachgütermärkten persönliche als auch sachliche Dienstleistungen. Und im Unterschied zu sachlichen Dienstleistungen, welche an Sachen, also wie beispielsweise an einem Autor vorgenommen wurden, wird bei der persönlichen Dienstleistung die Leistung direkt an einer Person erbracht. Und zu guter Letzt kennen wir noch die Faktormärkte und hierzu zählen der Arbeitsmarkt, die Kapitalmärkte oder aber auch die Immobilienmärkte.